herzlich willkommen zum heutigen video heute geht es um das gewinnspiel zur bts world box beziehungsweise zu der auflösung des gewinnspiels ja am 2. september habe ich ja dieses unboxing hier hochgeladen und neben der einen box die ich ausgepackt hatte gab es ja noch eine zweite box und die war eben für euch zur verlosung hier haben wir noch mal kurz die info zu dem gewinnspiel also es ging darum einen oder mehrere kommentare unter dieses video zu schreiben und unter diesen kommentaren verlose ich eben eine original verpackte bts world box das gewinnspiel lief bis gestern 23 59 und heute haben den 17 september und heute wird eben der gewinner die gewinnerin per zufall ausgewählt und in einem video verkündet ja wohl ganz kurz für euch noch mal zur info hier sehen wir es wir haben heute den 17 september es ist jetzt gerade kurz nach halb 10 9 uhr 37 und wir verwenden immer den youtube random comment picker um dieses gewinnspiel auszulösen dafür werden wir einmal ganz kurz hier den link des videos kopieren dann gehen wir wieder auf den comment picker dann drücken wir steuerung vor und ziehen die kommentare aus dem video aus das sind 23 wobei man sagen muss es sind wirklich unique commenters also es gibt natürlich auch leute die vielleicht mehrfach kommentiert haben aber es wird wirklich nur ein kommentar pro user pro benutzer ausgewertet für dieses gewinnspiel dann gehen wir jetzt auf start und dann haut uns der zufalls generator hier einen glücklichen gewinner raus so und das ist in diesem fall andre boss ich möchte diese box gewinnen weil meine freundinnen sind die orgen fans davon und ich würde ihnen damit eine große freude machen ja das kannst du jetzt herzlichen glückwunsch du hast gewonnen und am besten du schreibst mich per instagram an ich glaube ich du folgst mir dort eh wenn ich mich richtig erinnere oder ja facebook youtube ganz egal kontaktiere mich am besten dass wir das dann sicherstellen und dass ich auch deine adresse bekommen und dann kann ich dir das direkt in den nächsten tagen zuschicken ja herzlichen glückwunsch von meiner seite und an alle die nicht gewonnen haben nicht traurig sein demnächst startet schon das nächste gewinnspiel und ich werde jetzt auch wieder in zukunft regelmäßiger gewinnspiele verlosungen und solche aktionen machen gut das war's für heute mit diesem video bis zum nächsten mal passt euch auf ciao